noch mal einen kleinen einblick habe heute ein paar neue spinnchen gekriegt ich habe hier teraphosa blondie die ist jetzt in der ersten haut die spinnen insider wissen erste haut gerade aus dem narvenstadium raus kleiner geht es also nicht erste haut teraphosa blondie und hier im vergleich eine normale spinne in anführungszeichen erste haut stromatopelma calciatum ist das glaube ich ja ist es wenn man die beiden mal nebeneinander hält das eine ist ein stecknadelkopf und die blondie im grunde schon fast ja so groß wie andere spinnen in das was ich finde haut echt ein gigantischer größenunterschied blondies waren viele jahre die teuersten spinnen die es überhaupt so gab bis dann irgendwann mal ein paar kokons wieder aus französisch-gurian heraus geschmuggelt wurden und ihr wieder auf den markt kamen sind das natürlich alles nachzucht auf dem markt sind hier auch mal viele jahre weg vom fensterpreise explodiert jetzt sind sie schon einiger zeit wieder da dass man auch ganz erschwinglich bekommen kann eine der größten vogelspinne der welt man sagt das so die steht im guinness buch teraphosa blondie als größte vogelspinne der welt wobei es gibt auch noch andere arten also dura parahubana oder so kann auch riesig werden vielleicht läuft irgendwo auf der welt eine parahubana rum die genauso groß ist wie eine blondie wer weiß aber die finde ich schon mächtig vor allem wenn man sie in der ersten zweiten dritten haut sieht schon so viel gigantischer so groß ist kaum eine andere spinne wenn sie gerade frisch geschlüpft ist größenvergleich hier im grunde unsichtbar und dagegen der kleine brecher hier ganz cool spinnen